Hey Freunde, da wird ein herzliches Willkommen bei eurem Schulfer. Herzlich Willkommen seit langem mal wieder zu einer FNAF Try Not To Laugh Challenge. Ich habe heute wieder extrem lustige FNAF Clips für euch rausgesucht. Das Goal Only Challenge ist es wie immer nicht zu lachen. Deswegen starten wir auch rein in das Video mit einem Gedicht. Rosen sind rot, gelb ist die Biene, mach ich nicht YouTube, bin ich ne Maschine. Moin, ich bin's. Wir haben heute wieder erstklassige Videos von Orange Animations am Start. Schaut da gerne vorbei, lasst hier auf dem Video einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal Leute und wir gehen rein in die erste Security Breach Try Not To Laugh Challenge ohne zu lachen. Moin steht schon mal im Stau. Wird mich schon mal nervt. Drei 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 Es ist so dumm! Es ist sooo dumm! Music man? Motty hat sich einfach ausgelockt. Oh, ist die Stimme von Markiplier. Monty hat Roxy erst mal ins Bein gehauen. Oh oh. Was sind diese Soundeffekte? Bonny geht's gar nicht gut. Hey little guy. Monty wieder am Start. Einfach eine der coolsten Animatronics. Was hat er denn jetzt? Don't be scared. Monty hat Angst im Dunkeln. For Gregory. Oh yeah. Oh, wir sind in der Fluff 2 Location. Ah, Withered Animatronics. Withered Animatronics auf dem Weg ins Büro. Oh, Foxy springt schon. Puppet auch. Was ist denn hier los? Tag Team Attack oder was? Oh, der arme Kerl. Der mächtige Bloom Boy ist da. Oh, Mangle. Hä? Hä, wie will er dir denn? Was machen die denn mit ihm? Oh, Shadow Animatronics auch? Oha. Chica sah gerade ultra creepy aus. 6 Uhr hat er es geschafft? Foxy, mach dir nochmal einen Sprungangriff oder was? Okay, das war einer der merkwürdigsten Clips, die ich je gesehen habe. Okay, warte. Was ist hier mit Glamrock Freddy los? Okay. Juhu. Gitstrap und Vanny. Er slappt einfach Glamrock Freddy. Wo? Was passiert denn da jetzt? Simula... Simulation beendet? Hä? Hä? Oh, was ist das? Hey, ich dachte, das sind lustige Clips. What? Oh oh. Oha, das ist turbo gruselig. What the hell? Was ist mit denen ihren Augen los? Da war Into the Pitspring Bonnie. Pitspring Bonnie. Oh damn. Hä, das war gar nicht... Das war nicht lustig. Das war einfach nur turbo creepy. Aber war ein krasser Clip. Oh guck mal, die sind da hinten alle verkabelt. Monty verkabelt. Oh, Vanny ist auch verkabelt, sehe ich gerade. Oh mein Gott. Wieso kann der seinen Kopf zu drehen? Das ist safe nicht... Was ist dahinter? Oh, klar. Da konnten sie es sehen. Oh. Bucket of chicken. Oh. Entspart nicht, Chica. Hmm. Big trouble now. Ah, crap. Chica ist schon wieder durchgedreht. Wie Freddy einfach sagt, hier gibt's keine Hasenlady. Ich glaub dir, wenn du's gesagt hast. Aber hier ist eigentlich niemand. Und Fanny kommt einfach so reingesleidend. Und gibt ihm erstmal einen Klaps auf den Kopf. Hallo? Ist jemand da? Is someone there? I am afraid I cannot see you. Ich glaub er und Freddy einfach komplett Nervenzusammenbruch gehabt. Oh mein Gott, sieh das Kacke aus ohne Haare. Findet Roxy auch. Richtig sauer. Pizza! Ah, Pizza! Oh, Monty hat auch Hunger. Gregory ist am Start. Was hat der vor? Oh, Backe, was hat er denn? Jo, krieg ich aber auch Hunger. Wie ein Schinken. Er gönnt sich erstmal richtig. Ja. Oh, iiiiih, was sind das denn für Zähne gewesen? Das sah ja turbo strange aus. Guck mal, was ist das denn? Bro, wie scheiße sieht das denn bitte aus, Monty? Dang'em, Bro. Oh, der Besuch beim Zahnarzt hat sich nicht gelohnt. Die anderen Zähne fand ich besser. War aber auf jeden Fall ein harter Schinken. Oh, der Vorhang geht... Ist das Freddy? Freddy mit Roxys Haaren? Freddy, geht's dir gut? Aber steht ihm, oder? Sieht cool aus. Wilde Haare am Start auf jeden Fall. No. This is what you're doing. This is what I want you to do. Any questions? Could you just tell me to shut up? Die reden mit MapBot. MapBot... Oh, das ist der Glamrock Foxy, sehe ich gerade erst. MapBot soll seine Klappe hätten. Verständlich, ja. Fühlig, fühlig. Yes. Sehr gut. Oh, Sun. Sun. Was hast du vor, Sun? Er hängt da noch fest. Was war das denn? Oh, nochmal. Ein neuer Versuch. Let's go. Und... Ab ins Bellenbach. Wir halten einfach oben drauf rumschwirken. Die Stimme von... Not a Security Badge. Die Stimme von Dorco. Und er dreht komplett durch. Oh, Glamrock Bonnie ist auch wieder da. Hi. Herz... Die ganze Bude ist voll. Oh, peinlich. Oh, belastend. Ich würde mich was schämen. Hä? Hä? Was macht Poppy im Pizzaplex? The hell? Oh, wer ist das überhaupt? Was machen die denn mit Poppy? Und diese Animatronic, die so grinst, sieht ultra komisch aus. Freddy, get out of my room. I'm not nearly that annoying, am I? Take a map. Take a map. Hä? Die Animatronic rechts sieht voll creepy aus mit dem... mit dem Lächeln. Glamorous. Oh, cooles Kleid. Nice, ja. Oh. Burntrap ist da. Moin, grüß dich. Wie geht's so? Was? Oh nein, er ist in eine Falle getreten. Dead. Sowas Dummes, hä? Oh nein, sitzt er jetzt im Rollstuhl. Ihm jetzt gar nicht gut, oder? Oh, Gregory hat ihn sogar gefesselt. Ist ein Raketenstuhl gewesen. Oh, was haben wir da? Mami Longlegs und... So, basically, I think... Oh, man. Oh. Oh. Oh, das wird Spuren hinterlassen. Dem geht's gar nicht gut, Leute. Oha, was geht jetzt ab? Mami Longlegs und DJ Music Man haben einfach übelst sich bekämpft. Aber wieso? Was ist das denn? Lass das Licht an, Gregory. Besser ist es. Good Ending. Er hat's Licht doch ausgemacht. Was ist das? Oh oh. Ey, wie kann man so pizzasüchtig sein wie Chica? What the hell, man? Was ist mit dem Huhn los? Oh, ne ganze Pizza. Let's go. Haha. Hä, wie kann... Oh, oha. Chica ist da. Oh, das ist ne Falle. Deswegen, das Hühnchen hat versucht Chica zu warnen. Das ist ne Falle. Das war's. Chica ist platt. Oh oh, hat nicht funktioniert. Haha. Oh no. Oh? Oh oh. Das klingt nicht gut. Chica hat ein Stück Pizza gegessen. Chica hat ein Stück Pizza gegessen. Ist sie jetzt super stark? Scheinbar schon... Oh. Super stark und sauer. Schlechte Kombination. 30 Sekunden im Nightmare-Modus. Jo. Oh no. Er hat sein Equipment geupgradet. Ja, das sah gut aus. Stark. Oop. Oh, okay. Oh. Oh, okay. Oh. Oh. Irgendwer muss Burntrap ganz dringend ins Altersheim bringen. Dem geht's gar nicht gut. Burntrap geht's wirklich gar nicht gut. Oh. Oh. Freddy wird hier von allen Hops genommen. Von allen geärgert und gepiesackt. Oh no. Oh. Oh. The heck? What the hell, man? Ah, die Stimme von Dorko kickt mich jedes Mal weg. Dieser Punch von Mon... Ich liebe diesen Clip. Wie Monty sich einfach umdreht. Und Roxy einfach so komplett... Cool. Komplett einen rein scheppern. Ich lieb's. Ich find den Clip so nice. Oh man, ey. Okay, was haben wir hier? Oh, wir sind bei den Wizard Animatronics in FNAF 2. Grüßt euch, moin. Freddy ist wach geworden. Und Freddy... Oh, wacher. Hehehe. 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 Nightguard oder Freddy. Hehehe. Hehehe. Body hat einfach einen kompletten Sensor overload. Oh Mann ey, wir sind einfach komplett wegeskaliert. Oh, er hat ein Schild dabei. Oh no, Foxy ist dead. Was passiert? Alter, jetzt war wieder ein kompletter Overload hier Leute. Oh oh. Oh, ich glaube die sind alle ein bisschen sauer. Oh ja. Ende. Was haben wir hier? Shadow Bonnie? Ist das? Oh nein, hier, wer ist er denn? Nightmare Bonnie? Special Strike Rebellion 2020? Yo, wie alt ist denn das Video hier? 2020 ist ne Weile her. Aber es sind ja Security Breach Clips, kann nicht so lange her sein. What? Freddy komplett durchgedreht, wenn er Tequila trinkt oder was? Kein Alkohol für Freddy Leute. Kein Alkohol für Gregory? Geht's ihr gut? Geht's ihr gut? G- Oh! Look at this, stupid! Now, sma-king! But you feel shame? Yeah! Good! Rough, rock, ping! Rauh verboten! Fuck! Oh, f... Oh no! This has to be a joke, right? Der arme Gregory, that's voll erwischt! Oh, Roxy besucht den original Pizza Place? Chucky Chams? Was ist denn mit Foxy los? Die Sternen sind doch schön! Oh, Among Us? Roxy glaubt, sie allein hat FNAF gerettet. Ich glaub nicht. Was mit Freddy? Freddy hat's gemacht. Oh-oh. Wen hat sie denn gefunden? Alter! Alter! Was hat... Was hat Freddy denn da gebaut? Er hat aufgeräumt auf jeden Fall. Alright! Wovor läuft Freddy weg? Freddy? Roxy! Ja, natürlich! Als wenn! Freddy ist doch stärker als Roxy, oder? Monty verdrills Freddy? Hä? Das juckt Monty einfach nicht. Er macht einfach weiter. Oh, damn! Was ist denn mit Roxy los? Entspann dich mal, Roxy! Guckt! Oh-oh! Ah! Erwischt! Schicht im Schach, Bro! No, Gregory kann's auch nicht fassen. War das der Bite of 87? War das der Bite of 87? Ich glaub nicht, dass es der Bite of 87 war, Leute. Aber lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ihr gelacht habt oder nicht. Ihr könnt gerne das letzte Video, wie immer, hier drüben auschecken. Und lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Oh, bis dahin!